Mein Name ist Annelies, ich bin 19 Jahre alt und ich bin für ein Jahr in Kambodscha. Ich lebe hier in einem kleinen Dorf auf dem Land und meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich unterrichte Englisch an einer Grundschule und ich treffe mich regelmäßig mit fünf Highschool-Schülerinnen, um ihnen Englisch beizubringen und einfach eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und ihnen von Gott zu erzählen. Dann kümmere ich mich regelmäßig um die drei Kinder, unsere Missionare und seit einigen Wochen biete ich in der örtlichen Gemeinde Kindergottesdienst für die einheimischen Kinder an. Und ansonsten unterstütze ich meine Missionare einfach bei dem, was gerade so anfällt. In meinem Alltag erlebe ich Gott eigentlich ständig, vor allem durch Gebetserhörungen, aber auch durch die Unterstützung der Khmer. Ich war zum Beispiel einmal auf einem Ausflug und da ist mein Geldbeutel abhanden gekommen und dann hat sich ein ganzes Dorf darum gekümmert, dass ich ihn wiederbekomme. Und die haben rumtelefoniert und wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und es hat wirklich funktioniert. Und ich war am Ende so überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Khmer, aber auch von dem Wundern, die Gott tut und dass ich ihm einfach so vertrauen darf, dass er sich wirklich jeder Sache annimmt. Und ich habe mal jetzt noch gut hier, wo ich jetzt will,, wie ich sicher hier Questions ver 궁금 der Frage. Und ich will jetzt mal nämlich diewriter ,, dass er sich、 unseren Helm war ein bisschen zum Wunderval hat oder nicht verriebe, aber auch so cost elections peoples vielleicht nicht, Vielen Dank.